Werte Jede Mannschaft, jedes Unternehmen, jede Gesellschaft kann ohne Werte nicht funktionieren. Wir bei ThyssenKrupp Aufzüge haben klar definierte Werte. Und diese setzen sich zusammen aus unserem Leitbild. Werte für unser Denken und Handeln. Werte für unseren Umgang miteinander und für unseren Umgang mit unseren Kunden. Diese Werte müssen wir auch leben, jeder von uns, jeden Tag. Dann sind diese Werte nicht nur Worte, sondern nützliche Wegweiser. Für einen Weg, eine Route der Sicherheit, der Stabilität und der Kontinuität. Mit dem klaren Ziel, auch weiterhin zu den besten Aufzugsunternehmen zu gehören. Ganz oben steht der Kunde. Auf ihn muss unser Denken und Handeln ausgerichtet sein, mit Können und Engagement. Unsere Mitarbeiter sind für uns das Wertvollste. Darum muss ihre Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Genauso aber auch ihre berufliche Weiterentwicklung. Für das Wohl unserer Kunden und unseres Unternehmens. Unternehmerisch handeln heißt Entscheidungen treffen. Manchmal mutig, aber immer in der ganzen Verantwortung für uns und ThyssenKrupp. Die Basis all dieser Werte ist unsere Kultur im Umgang miteinander, mit unseren Kunden und unseren Lieferanten. Wir bei ThyssenKrupp begegnen uns immer mit Offenheit, Wertschätzung und Zuverlässigkeit. Nur so werden wir ein stabiles, ein sicheres und vor allem ein zukunftsfähiges Unternehmen. Zukunft aktiv gestalten Untertitelung des ZDF, 2020